Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Markus Büchler von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Schwab, Sie sagen, die Staatsregierung hat schon angeblich ein tolles Zukunftskonzept für das nächste Jahrzehnt. Sie hätten schon einen Zukunftsrat. Aber wenn man sich die einzelnen Maßnahmen, die da beschlossen worden sind, anschaut, dann haben Sie doch, abgesehen von der Sünder auf teuren zweiten Stammstrecke hier in München, die höchst umstritten ist von Ihrem verkehrlichen Nutzen her, haben Sie doch auch nur lauter Klein-Klein-Maßnahmen drin. Wir brauchen noch einen wesentlich größeren Entwurf, wenn wir attraktiven ÖPNV anbieten wollen, wenn wir erreichen wollen, dass wir die Klimaschutzziele erreichen, wenn wir erreichen wollen, dass deutlich mehr Menschen den ÖPNV in Bayern nutzen können, sowohl in der Stadt wie auch auf dem Land. Wenn wir so weitermachen, wie Sie es in Ihren Konzepten drinstehen haben, dann wird es doch auch in zehn Jahren noch so sein, dass auf dem Land gerade einmal ein Schulbus zwei- oder dreimal am Tag fährt und dass in der Stadt die ganzen U-Bahnen und S-Bahnen berstend voll sind mit Leuten und die Leute weiterhin das Auto nutzen, weil sie sagen, die Sardinenbüchsen, die tue ich immer nicht an im täglichen Berufsverkehr. Wir brauchen doch Ziele, die ermöglichen, dass wir doppelt so viele Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr transportieren können, wenn wir eine Verkehrswende einleiten wollen. Und dafür brauchen wir Ziele, davon abgeleitete Maßnahmen, die Infrastrukturinvestitionen nach sich ziehen, mit denen solche Ziele dann erreicht werden können. Und da versagen Sie von der Staatsregierung meines Erachtens auf voller Länge, denn Sie kommen ja noch nicht einmal einer gesetzlichen Pflicht nach. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Schienennahverkehrsplan alle zwei Jahre fortschreiben. Und das haben Sie seit 2005 nicht gemacht. Seit 14 Jahren liegt er in der Schublade und wir warten auf die Fortschreibung. Angekündigt war die Fortschreibung für das letzte Quartal diesen Jahres. Da haben Sie jetzt noch ein paar Tage Zeit, aber es ist ja nicht in Sicht, dass das irgendwann einmal kommt. Das Gleiche ist es mit dem Gesamtverkehrsplan. Da warten wir seit 2002 auf die gesetzlich vorgeschriebene Verlängerung des Plans. Wenn ein Unternehmen so wirtschaften würde, so im Blindflug unterwegs wäre wie Sie in der Verkehrspolitik, da wäre jedes Unternehmen längst pleite, meine Damen und Herren. Und dasselbe ist es ja bei den Verkehrsverbünden. Der Kollege Arnold hat es schon angesprochen. Das ist doch der totale Anachronismus, dass wir in weiten Teilen Bayerns überhaupt keinen Verkehrsverbund haben. Und da sagen Sie zu Recht, ja, das wird ja jetzt ausgeweitet und es werden Angebote an die Landkreise gemacht, rund um die Ballungsräume, dass der MVV ein bisschen größer wird, dass die VGN ein bisschen größer wird. Alles richtig, alles gut. Aber was ist denn da mit dem Rest? Das ist ja immer noch ein erheblicher Teil der Landesfläche ohne Verkehrsverbund. Was ist mit dem Landkreis Altötting? Wo kommt der hin? Was ist mit dem Landkreis Berchtesgaden, mit dem Allgäu? Was ist mit Garmisch und so weiter und so fort? Was haben Sie denn für die für ein Konzept für einen Plan? Offensichtlich nichts. Das, was wir brauchen, das sind endlich flächendeckende Verkehrsverbünde in jedem Teil Bayerns, meine Damen und Herren. Und ansonsten fallen Sie in der Verkehrspolitik vor allem mit einem Hü und Hot auf. Kaum sind Wahlen, kommen große Versprechungen wie vor der letzten Landtagswahl, wo der Ministerpräsident Söder durch die Lande gezogen ist und gesagt hat, jetzt gibt es dann das 365 Euro für ein Ticket für alle in allen Verbünden. Jetzt ist es bloß nur ein 365 Euro Ticket für die Jugend geworden. Zu allen tut es der Freistaat eine ganze, dann bloß zwei Drittel und ein Drittel müssen plötzlich die Kommunen beisteuern. Davon war im Wahlkampf komischerweise nicht die Rede. Oder in den Ballungsräumen hat es geheißen vom Ministerpräsidenten Söder, alle 20 Minuten wird die S-Bahn fahren nach der Wahl. Auch an den Außenästen, zum Beispiel der Münchner S-Bahn. Und hinterher hat sich herausgestellt, das geht nicht, weil die Gleise nicht langen, das Personal nicht langen und die Züge nicht langen. Hätte man vorher auch wissen können. Dieses Hü und Hot müssen Sie meines Erachtens dringend beenden. Diesen Blindflug in der Verkehrspolitik, legen Sie einen Schienennahverkehrsplan vor, legen Sie einen Gesamtverkehrsplan vor. Davon abgeleitet einen Investitionsplan, der dazu führt, dass wir doppelt so viele Leute mit dem ÖPNV transportieren können. Dann haben wir auch eine Chance, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Deswegen stimmen wir dem Antrag der SPD zu. Vielen Dank. Herr Büchler, bleiben Sie bitte am Mikrofon. Zwischenintervention Hauptgeordneter Sandro Kirchen. Dr. Büchler, Herr Präsident,